Die Anreise zur Kranger Kirmes vom Essener Hauptbahnhof. Die Ankunft am Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Und los geht's auf der 579. Kranger Kirmes. Die Kranger Kirmes ist ein jährliches Muss. Und es geht zur zweiten Runde. Die Zusatzrunde. Musik Musik Kuh Vielen Dank. 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 Achtung, Achtung. Wer macht das Rennen? Wer macht das Rennen? Jeder gegen jede. Wer hat das Rennen? Wer hat das Rennen? Wer hat das Rennen? Wer hat das Rennen? Wer hat das Rennen?